Peter ist nochmals geformt. Das gefällt ihm immer besser. Jeder fängt auch noch das Rüder an. Meine Musik wird hier auch schon gespielt. Ich muss schon sagen, ich fühle mich hier zurück von den 70er-Jahren. Aber hier ist es immer schöner. Hier muss man immer schön mit dem Rad hin und her fahren. Das ist große Klasse. Viele Leute hier. Hier fängt auch wieder an zu reden. Das muss ich auch mal sagen. So ist es. Die Musik geht weiter. Peter ist hier und die Musik geht los. Die Musik wird hier auf der Mittagspause gestartet. Trotzdem findet uns noch die Startnummer 22. Die Startnummer 22 bitte ans Boot und an den Start. So ist es. So weit sind wir noch nicht mit den Ruder rein. Peter fährt lieber Fahrrad und spielt Fußball. Alles klar, Jungs. Aber wir wollen das immer weiter sehen hier. Und dann die WM. Haut Peter natürlich munter Dienste einen raus, dass die Heide weg wird. Da kann sich Hugo Löw schon beim anziehen. Alles klar. Tschüss. Nur HV. Tschüss.